So, herzlich willkommen zu Extermination Day. Ich habe schon wieder vergessen, nicht zu schließen vor der Aufnahme. Also, Alt F4. Upp, weg. Ja, das Auge ist mit. Ja, ist richtig. So, heute wieder ein Level, was etwas länger dauern kann, was aber taktisch vielleicht gar nicht so schlecht ist, da kann man sich ein bisschen austoben. Mal gucken. Also, müssen wir es meist nicht stellen. So, Kimination Day mit 13. So, was, gibt es eigentlich nicht? Arschloch. Ich habe, glaube ich, schon letztens festgestellt, dass es bei diesen Pinkies nicht geht, die Verninten zu erwürgen. Oh, Mann, das ist eine dumme Idee. Ich denke, ich denke, ich werde gleich die Folgen. Wow. Oh, Mann, ich denke, ich werde das noch mal machen. Ich hab' ja irgendein Fies hier grad... Das ist mir halt schon am Mittagessen grad nicht mehr offen, ich hab' sogar nicht von den Browser geschlossen. Achso, weil du mich unter Waag hast und sieht, das war ja klar. Ah, cha-cha. Ja. 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 Das war's für heute. Mh, lecker meine Abbrotten. Medium. Bist du denn, hier kann man... Oh, doch. Hä? Oh. Boah. Aber jeder wird sich einfach nur einmal. Hallo? Aber es ist früher immer sachtig, ne? Also, nicht immer, aber... Es ist eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, aber halt immer öfter. Also, etwa zweitmal, ne? Das ist aber auch kein. Ist ja... Ist ja... Ist ja wie ein Glückstück. Mal bekommt man nichts und mal bekommt man nichts. Arschloch. Warte mal. Hat der Feature etwa rausgenommen, oder was? Hey, Moment mal. Wie geht das bis... Ach, mein, mein, mein... Ich hab doch die ganze Zeit was bekommen. Es ist nur mal gleich aufgesammelt worden. Ist ja nett. Da steht doch gar nicht dran, ne? Da steht doch gar nicht dran, ne? Da steht doch gar nicht dran, ne? Da steht doch gar nicht dran. Da steht doch gar nicht dran. Ich hab den Raum mal ein bisschen ausgeblutet. Äh, den hat natürlich belutet. Okay. So, der Raum da hinten ist nach dem Feldeskind normal geblieben. So, der ist einfach so hochkomme, als ob. Da sind auch immer noch Sachen dran. Was mach ich denn hier für ne... Unvollständigte Arbeit. So was soll Flöcher sein? Ja. Das ist ein Lache. Mist. Arschloch. So. Okay. Tja, wie konnte ich die ganze Möcke lang so weiterspielen mit dem Ball, hm? So. Äh, das war schon mal. Und da hab ich grad schon wieder die Reichweite überschätzt. Mann du. Dann halt nicht. Arschloch. So. 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 Fuck you! Arschloch. 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 Oh, das ist mal keiner. Ich hör dich. Wups. Vielleicht wäre er erst mal übers Auto übergelaufen. Da muss man aufpassen, dass die Dinger nicht explodieren. Hallo? Na, da kommt gar nichts mehr. Schade. Du, 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 die Eisenbahn, da du willst sauber fahren. Okay. Woah. Woah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wuh! Digger! Thirst, wahl! Ich mache es, wah! Auch auf mit der ersten play. Wuhh! Dann geht's, wahl! Apt, wahl! Wuhh! 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 Ist doch hier gerade ein Shotgun oder... also... Zombie gehört. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Bug wieder noch fehler vorhanden ist. Ja, ist er natürlich, was auch sonst. Ist zwar schon die finale Version, aber das ist ja dabei. Und dabei hatte ich extra ein Video veröffentlicht. Ach Gott. Warum stehen hier Bäume auf Beton? Die können doch gar nicht wachsen, Junge. Ja, wo geht's denn hin, ey? Nicht, wenn du vorher so rumschleifst, bevor du schießt, Junge. Das ist praktisch gesehen nicht intelligent. Achso, ja, das war natürlich, äh... Achso. Quasi verliehen. Nein. Warum hat das jetzt gerade nicht funktioniert? Ihr habt doch studiert. Hä? Das geht nicht mehr. Danke. So. Ich bin jetzt gerade echt getroffen und willst du mich verarschen? schon mal grrr... Schcauerhaft. Ich gelsch. Schau, dass ich nicht in den Schir knack evenmüchig Model. Aber es ist ja gut. Den pa worken wir nicht. Alles soll jetzt kommen. Sehen wir jetzt. das wird der raum der spaßig wird auf jeden fall das ist eher weniger interessant und das hier wird auch spaßig aber da werde ich wieder einfach weg rennen das heißt also erst die falle auslösen also dahin laufen wo die karte ist und wenn ich die karte habe direkt wieder weg gehen weil alles andere ist im tactical mode einfach zu riskant von daher wird quasi nichts anderes übrig als das ist ja erstmal pussies gleich anzuwenden ja das bleibt ja nicht wirklich also hat pussy wobei ja wie gesagt flucht ist ja nicht in dem sinne einfach weiß ich also ist ja nicht schlimm sondern kann durchaus halt auch einfach mal taktisch sein das ist ja nicht von daher ist die karte dunkel was nicht getroffen Hey komm, es wird eine Rüstung! Lass mal hier so eine ganze Rüstung anlegen! Oh, ich bin hier! Ist er weg? Ja, er ist weg! Der hat mich ja vollkommen übersehen! Kommt ihr denn so schnell her? So, der Revenant da vorne, der wird jetzt echt kacke! Oh Gott, er ist schon aktiv! Scheiße! Einfach drauf loskommen und drauf, dass er mich so trifft, bevor ich ihn treffe! So viele Gäste hier! Na komm, mein Lover! Boah, ich bin da mitten in der Schussbar-Verlieger! Ach, da ist dieser Scheiß-Zombie! Der wird immer noch in seiner Schussbar! Alter! Ja, das war natürlich vollkommen! Wow! Gut geflogen! Ähm! Ja, das bringt also nichts! Das sind halt jetzt so viele Fronten! Die Scheiße! Oh, da wäre noch eine Rüstung! Und ich dachte, ich kann mich nicht verstecken, ey! Okay! Okay, fuck! Wir müssen jetzt irgendwo eine Rüstung anlegen, damit ich hier nicht jede mögliche Rüstung verschwende, die irgendwie überall rumliegt! Das ist doch behindert, ey! Boah! Das kann doch ja nicht wahr sein, wenn ihr... Ist hier Rüstung? Ne, ne? Nein! Ey, eine Rüstung! Wollt ihr mich besser verarschen? Alter! Ich räuchte euch alle hier zur Apfelmust! Die kriegst doch nicht! Dankeschön! Gott! Derga! Wo kommst du denn jetzt her? Alter! Was machst du? Was ist falsch mit dir? Machst du es hoch? Ja, schön! Na, kapot! Alter! Kommst du jetzt mal hoch, oder was? Ah, schon! Was? Was? Das hieß doch gar nicht, Alter! Ich hab deine Mutter gefickt! Du! Ja, komm! Ich! Dich ficken! So! Das sind von Arbeitszeitungen! Keine Vorhine, Alter! Kannst doch bitte hochkommen! Ich hätte gerne... Ach, wirst du was hier kommen? Leco mio! Ja! So! Vielleicht viel besser! Was ist das für das für mich? Was macht ihr denn da schon wieder? Was macht ihr denn da schon wieder? Hä? Du! Du herkomm! Danke! Easy! Das wäre das für mich ein Gegner gewesen, das wäre hier, Alter! Boah! Tja! Eigentlich bin ich überhaupt nicht eingebildet! So! Super! Jetzt kann ich da... Ist er da wieder runtergekommen, oder was? Ernst? Das gibt's doch gar nicht! Muss er ja! Hm! Na gut! Quick-Safe! Wobei das überhaupt dann natürlich ein Fehler war, weil sobald er diesen Standpunkt der Fall ist, ist er angreifbar, ne? Hat man ja gesehen! Aber sie nur für ihn locken, und schon ist er weg! Da oben wirkt er bei mir das Sentry Gun, die halt einfach taktisch relativ gut aufgestellt ist, nur... naja... Das musst du denen halt doch erstmal sagen! Jaa... Da kommt doch ein Korb jetzt nicht! Jaaa... 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 Du die... Hier kann was Großes... Ja... Ja... so da hinten kamen ganz viele pinkies oder spektrus ja alle gestorben ach da hinten sind die pinkies ok lega warum schießt du denn gleich beim ersten mal was lol ich habe gerade nur eine kugel verwendet weil nur noch eine mal hier im lauf drin war doch trotzdem damit ein pinkie beschädigt das hier ist überall hängen bleiben. So, es braucht aber wieder ein bisschen was, ne, damit ich nicht wieder alles aufnehme, außer sehen, wobei ich brauch mehr als 10% Rüstung. Ich glaub, komm, dass hier so viel rumliegt. Ach, ganz ehrlich, Alter, so viel Rüstung, wie rumliegt, könnte ich mir jetzt glatt tatsächlich einschnappen, ohne dass es weiter auffallen würde. So, hat jemand noch ne Shotgun? Ne Shotgun? Ne. Da ist auch noch ne Rüstung, eben. Also hier liegen schon vier Rüstungen auf dem Mac. Na ja, na ja. Oh, da hinten liegen glaub ich Gugel rum. Ist die neu? Somit kann ich mich immer gar nicht erinnern, vor allem wie soll ich da hochkommen. Ähm, da schon mal nicht. So, gehen wir jetzt hier zum Aufstieg. Gibt's auch keine Rüstung, fahr da eigentlich. So, boah, boah. Boah, ich muss jetzt noch was trinken. Ähm, wie zum Teufel soll ich denn da hinten hinkommen? Da ist ja gar kein Weg darauf. Kann man sich doch wie fallen lassen und dann von da nach da und dann von da nach da, aber... Ähm? Ähm? Wo war das Backpack? Achso, unten ist das Backpack. Ne, nehm ich mal nicht mit. Wo, 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 wo. Nicht ob dabei ist. Wo, 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 wo. Nicht ob dabei ist. So, okay. Idealer Fluchtweg wäre... Einfach geradeaus. Was. Doch, der muss ich jetzt gehen. Schüssig. Waaahhhhhh. Please don't kill me. Woah. Oh, ein Schuss hat gereicht? Ich bin stolz auf mich. So, guck mal her, okay, ich bin der Ficker. Ich hab genug für euch alle da. Ja, das war natürlich voll dumm jetzt von mir gerade. Ach Gott, ich kann man nicht so dumm sagen. Ich will sterben. Meine Mutter mag die Scherben. Vielleicht hat sie einfach nur Eisung hier an, weil sie so tropft. Oh, das sind die, die haben mir jetzt erschickt geworden? Ach ja, sie telefoniert sich halt weg hier. Da seid ihr wieder von mir selbst eingeklossen. Ja, wie viele? Und es gab's doch auch Hero Souls. Äh, wow. Hab so viele Klicker hier geguckt. Nee, Spectre gibt es die Hero Souls. Ich dachte die also definitiv nicht anlocken. Die Hero Souls. Ach, Alter, was? Ich bin so viele Klicker hier los. Oh, die Lost Souls. Die ähm... Sind ziemlich freundlich. So, hier haben wir nochmal ein bisschen was an... Wow, danke. So, gehen wir mal hier rein. Da haben wir jetzt die blaue Karte. Hä, hält mir die blaue Karte überhaupt aus? Ach doch, genau. Die rote gibt es dann da hinten. Mit der roten muss ich dann wieder nach unten. Und mit der roten muss... Da finde ich ja die jelbe. Und mit der gelbe muss der gelbe wieder nach oben. Ganz schönes X-Fack hier. Ach ja, komm, hol ich. Arschloch. So, hier gab's die... Oh, das war besiegt. Hello, motherfucker. Ja, du ruhig dich doch mal. Was? Ein Schuss reicht? Lol, wachen wir hier los? Ja, komm her. Gibt es bei denen etwa auch sowas wie ein Headshot oder so? Oder... Lol, Alter. Mh, nice! Ja, schieß, 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 schieß. Du hast schön viele, äh, spinnen treffen. Boah, Alter. Wollen wir mal wieder aufhören zu schießen? Nein, ich will mich treffen. Ihr müsst die... Spin treffen. Jawohl, die nächste Spin hat getroffen. Scheiße, ich bin doch getroffen worden. Was von? Ach ja, da hinten steht ja einer mit einer, mit einer, mit einer, mit einer, ja, wieder so ein Ballabum, Mann, mit einer fetten Wumme. Oh, scheiß, Alter. Also doch schwieriger als ich dachte. Wow, wow, wow. Das wird ganz schön schwer. Okay, ich versuche jetzt mal einfach mal rumzulaufen. Äh, geht das nicht? Ach, Mann, Alter, geht das nicht so, wo man hängen bleibt. Ah, das war fucking stupid Idee. Ah, okay, eine Chance hier. Fick deine Mutter und dann geht Penn-Luke leider. Well, Lord, ich will schlafen. Nein, keine Chance. Äh, geht nicht. Okay, also kann ich den verwerfen. Äh, sobald ich den gar nicht so gut habe, wird gefangen, ne? Aber ich muss halt irgendwie dafür sorgen, dass, scheiße, ich nicht hängen bleibe. Dass die Man-Tubes, ähm, die Sprint treffen. Und da fängt man halt gerade keine bessere Möglichkeit ein, als mich die Treffen zu lassen. Wow, 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 wow. So. Mal gucken, wenn doch alles übrig bleibt. Oh, wo schießt du denn hin, Junge? Schießt du die ganze Zeit in das Auto, ey? So dumm muss man das mal sein. Ernsthaft? Ziel bist du, das geht doch gar nicht. Los, löst mein Kibitz, schieß! Nein, du hast da nicht... Jawohl, genau so. Bum, 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 bum. Was? Are you fucking kidding me? Ich hab die Spinne, wobei, die Spinne macht überhaupt keine Explosion. Ich meine, das ist die Spider Mastermind. Die macht Damage, wenn die explodiert, ja. Aber die explodiert ja auch wieder, das ist richtig. Aber die Spinne explodiert noch gar nicht. Wobei krieg ich da wirklich schon Schaden? Sollt ihr mich verarschen? Nö, jetzt wird das alles hier auch ein bisschen zufrieden. Dann halt nicht. War ne geile Strategie, aber... Nö, das ganze Witzwürde wollte ich aber doch nichts. Also, die Raketen einfach raus. Und mach sie wieder bei fertig. Dann schon wieder einer. So, hier muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht nur noch dran stehe. Okay, das geht doch gar nicht. Wollt ihr mich denn ruinieren? Wo habe ich einen guten Fluss? Zufrufspunkt? Hier ist er mein Fluss. Ja, natürlich, klar. Ja, natürlich, klar. Ach, Mann, das ist immer noch Pinky, Alter. Nee. Was war bleib ich denn? Ob am Auto? Oh, ich glaube, das ist doch nicht mehr normal hier. Okay, dann geh ich mal nach da und jetzt auf jetzt zurück. Hab mich wieder der Typ getroffen. Ah, ah, ah. Ey, das ist nicht fertig, das Spiel. Ich geh mal wieder zurück. Tschüss. Ja, hab mal die schon herlocken. Äh, wieder Trab an, Mädel. Ein anderer Weg als der hier gibt's ja nicht. Na, komm. Lebt überhaupt noch? Nein, lebt er nicht mehr. Go, wie kann ich jetzt um diesen... Doch, der lebt doch noch. Ach, Mann, Alter, ernsthaft jetzt? Jo. Alle weg, alle weg. Alter. Kriegst du aber auch hier echt schon Ast, Mann, ne? So, der Typ wieder, ne? Ich sehe aber auch nichts. Ich, ich, ich zieh doch genau auf ihn drauf. Was will er eigentlich von mir? Wenn du meine Freundin meine Kinder willst, sag einfach Bescheid, die kannst du kostenlos haben. Keine Chance. Wo ist dieser Hund drin? Da ist der Hund drin. Oh, ich krieg ja ne Macke. Alter. Ich muss euch das alles aufpassen. Stimmt doch halt. Ja, das ist die Ehrlichkeit halt nicht. Geht doch. Oh, scheiß Kante, Alter. Ich hasse dich. So, da muss ich aufpassen. Jetzt nehme ich nämlich rechts die ganzen Gegner. Die wollen ja alles Böses. Sobald ich weiß. Aber den trägst du von mir auch relativ gut. Ich weiß nicht, die Lost Souls kamen hier nicht durch. Ich muss mich jetzt tatsächlich erstmal auf die Spectre konzentrieren. Kommt die durch? Ne, aber hier sind auch noch ein paar. Doch, die kommen durch. Ich krieg das nicht. Oh, das wird kacke. Okay, dann würde ich mal sagen, Augen zu und durch. Ich muss ja zwar nachher wieder hin. Aber gut. So, jetzt geht es erstmal zurück zum Absender. Dahin. Und in diesen komischen Raum rein. Alter, wie ich hier einfach bei den Autos immer wieder hängen bleibe. Ist doch. Ach, Alter, leck mich doch am Arsch. Dann will ich hier ein bisschen rumprobieren und du kommst mir einfach hier in den Rücken gefallen. Sag mal, du hast nur sowas gelernt. Jetzt holst du mich, dass die Autos, ich weiß nicht, irgendwie, oder die Sektoren sind größer als die Autos selber. Auf jeden Fall bleibt man da irgendwie direkt auch neben den Autos schon hängen. Da kommt nicht gaga. Okay. Na, komm, geh auf. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Da ist die gelbe Karte, der Muttiere. Also muss ich doch erstmal die Viecher erledigen. Das ist so Bullshit. Vor allem die beiden Pen-Elemental, die muss ich halt auf jeden Fall erledigen. Auch da kommen sie durch, klar, da war was. Da kommt sie natürlich durch den Weg durch, also da ja primär auch rein teleportiert werden. So? 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 Alter, hallo? Ja, war doch klar. Das anderes habe ich doch gerade nicht erwartet. Das war's für mich. Ich werde besser nicht für dich, ich fühle dich hier, hier raus teleportiert werden, da müsste irgendwo hier in dem Bereich gewesen sein, wo die mal rauskommen. Diese Map, wo sich alle mal teleportieren können, ist so... nicht nett. Ja, die kommen da drüber. Der Spalt sieht von hier unten kleiner aus, als er eigentlich ist. Jetzt ein taktisch guter Punkt, wie es aussieht. Ich muss halt nur aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Oh, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Aber diese Pain Elemente, die machen mir echt Angst. Also, wenn wir die kommen und mich sehen, bevor ich sie sehe, dann ich es kriege. Gut, da hinten kommt noch keiner. Hier hat sich auch noch nichts angesammelt. Muss ich wieder warten, bis die restlichen hier alle kommen, oder was? Muss ich auch gar nicht in den Raum da reingehen. Na komm her! Sieht ihr mich nicht, oder was? Nein, das sieht ihr mich nicht. Oh, schluss. Oh, jetzt geht doch noch weg. Ey, guck da hin. Gute voll daneben, war klar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich sag's ja los. So ist für den echten Spaß. Ja, gut. Ich versuche nochmal da rein zu gehen. Wahrscheinlich werden wir aber wieder von außen platt gemacht. Hüffelchen Los Souls. Oh. Ich dachte, ich hab mich schon aufgeräumt. Aber eben, das war ja... Ja. Dann bin ich ja gestorben. Das ist immer das Problem beim Speichern, man weiß... Oder beim Neuladen, man weiß nie, in welchem Punkt man gespeichert hat. Aber eben schon, wenn die Tür zu ist, dann kann ich auch noch gar nicht aufgeräumt haben. Ja, ich wäre sicher, wenn die Tür zu machen. Möge mich nicht mehr so. Aber mit mir da ist doch. Bist du die Tür? Die Tür schießt die Tür. Bist du nie? Sie haben ja. Ich fern die Tür. Du bist mit mir. Nun flashing aufgeräumt. Die Tür unter sich nicht mehr. Ich bin. Ich fern sie nur. Sie sind. Ich fern sie nicht mehr. Ich muss vor dem Hoje. Sie wird diese Tür. Alter, hier auf zwei Orten aufpassen zu müssen, ey. Ah, siehst du hier? Hahaha, leck mich. Was sein muss, muss sein. Was sein muss, muss sein. Aber ich muss halt hier auch immer wieder nach außen gucken, ob hier einer kommt, ey. Oh, zwei Fronten krieg ich jetzt echt nicht schön. Oh, drei. oh oh wow da da ich glaube ich habe gerade ein spektrum gehört ich habe einen Penge, ich habe einen Penge, aber ich habe einen Penge, ich habe einen Penge. Oh, 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 oh. darum ist auch schon aber ich konnte jetzt nicht so viel so stecken verstecken doch nicht mehr oder ist ja noch einer oh mein goodness ja mein goodness ist gut ja komm her du kleiner durchgeräte rammler noch einer hoffe ich der letzte ich höre dich verstecken und wieder verteilen was was ich kann mich hier durch die wand durch hören ich glaube ich bin umzingelt und ich werde brutal anecken ach du scheiße also noch sechs prozent leben ihr wollt nur verarschen die sind von hellpacks nein oh alter hellpacks wow oh mein gott was 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 ruhig hier ok jetzt mal nach hinten so aufräumen die ist auch aus dem nacken arschloch hellpacks gibt es hier irgendwo ganz versammel hellpacks die ich habe sechs prozent leben ich würde mich verarschen ich bin gefickt da wo bin ich jetzt noch da oh gott alter nein geht halt weil ihr dumm seid und lauter macht ja und ich habe auch immer die ganze zeit die angst das von draußen ganzen jalo solt und so reinkommen ist hier gerade echt gefährlich so hier sind noch irgendwo ja genau da sind noch die hier sind noch die archerials drin so aber jetzt noch ein bisschen sieht so aus wie wenn ich jetzt hier drinnen zu weit ausbekommen hätte oder auch nicht lebt er noch? ja der lebt natürlich noch na dann schieß mal ist er tot? ja ist er so wo komme ich jetzt nochmal rauf? hier mit dem genau mit dem wagen oh nein ich werde nicht als stärkzeichen wagen so hier lang hier 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 was schönes nope er nicht so ok wo komme ich jetzt weiter ähm äh 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 ach ja scheiße gut was tue ich hier die schießen aber ganz schön schnell hä? achso ja wir sollten vielleicht speichern nachdem er fertig ist das äh äh speichern eine Menge Arbeit oder dann kommt er her weiterverwüsten weiterverwüsten hat nicht funktioniert ne? hat sogar nicht funktioniert das funktioniert auch nicht äh ich meine eigentlich müsste ich ja die Art Schwells nicht besiegen ähm weil es hat bloß eine Falle ne? ist ja nicht zum weiterkommen wichtig und ganz ehrlich ich glaube Munition von dem brauche ich auch nicht ne komm dann lass ich hier einfach mal nichts liegen da ist mir das auch ein bisschen egal so die frage ist wie komme ich hier weiter das war doch ich muss doch noch da oder nicht ja ach ja stimmt der spring ist ja hier alle auf eben da muss ich ja gar nicht rennen in der weise das schaffen äh links oder rechts das ist hier die frage auf jeden Fall ist da ein secret das weiß ich ach so noch ein bisschen Plasma na gut ich dachte schon was wertvolles so also hier hin ähm und jetzt äh da hin Geronimo Geronimo das kommt mir grad vor wie wie bei Tombowider da lebt da noch jemand? sprich aber schon das ist schon ich könnte schwören dass ich da gerade gerade jemand gehört habe Äh, außer ich springe natürlich gegen die Karton. Dann natürlich nicht, das ist ganz klar. Ist das schon der Autor, der stehen muss? Ne, ich muss da hinten drauf. Okay. Das heißt, das hier ist nur weiteres Secret. Oh, spinnig oder hab ich gerade nur Sawyer gesehen? Der war doch gerade was gelberfester geblützt hat. Ihr macht euch alle Kirre. Ihr macht euch alle so harte Kirre. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Oh, goddammit. Hä, oder musst du... Ja, klar, ich muss doch hier lang. So, so, so und da muss ich jetzt lang. Oh mein Gott. So, und jetzt noch ein bisschen. Äh, das wird dann eine leichte Aufgabe. Äh, sagte er unschlar. Ich muss doch dann drüber. So. Yay. Und damit hätten wir uns dann zumindest die gelbe Karte schon mal geschafft. Und mit der könnten wir jetzt eigentlich einfach ganz schnell ins Ziel rennen, ne? Ohne dass es jemand zieht. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Ähm, ja. Aber ich glaub, wir werden einfach von den Viechern weggefickt. Ah, wir brauchen Munition oder so. Oh, Hellpack. Ja, kommt mir grad wieder rufen. Ähm. Ansonsten tatsächlich mehr nicht. Hoffenweise Pistol-Munition jetzt natürlich. Und die Leichen droppen ja nur Pistol-Munition leider. Äh, wobei, warum leider? Du bist ja der einzige Weg, wie man an Pistol-Munition rankommt. Weil Pistol-Munition droppen ja nur die Zombies, wenn sie sterben. So durch die Map bekommt man ja keine Pistol-Munition. Äh, ja klar. Verkalk halt wieder einfach, Ronny. Verkalk halt wieder einfach. So. Ich würde mal jetzt gerne... Ich würde halt gerne gucken, ob hier... Wow, ich bin hier mitten... Ey, man sieht sogar die Trigger-Line. Man sieht sogar einfach die Trigger-Line. Lol. Alter, wie man sogar die Trigger-Line sieht, ey. Ist ja... Normalerweise werden die ja dann natürlich versteckt, klar, ne? Also... Eine Trigger-Line, die getriggert ist, ist ja keine Trigger-Line mehr. Ah ja, doch. Das ist ungefähr. Aber wieder 100% Leben. Und ansonsten war da... Oh, noch ein Secret. Pass auf das, was wir bereits haben. Die Frage ist, war bei den Revenant irgendwas drinne? Wofür es sich lohnen würde, zu sterben? Weißt du was? Dann sind wir alle raus. Ach ja, diesmal. Ich bin doch bescheuert. Ich guck mal ganz kurz, ob das... Wahrscheinlich bringt das wieder nichts. Und zwar, wenn ich mir erst das Ding hier hole, jetzt mit dem die Falle auslöse. Das bringt wahrscheinlich gar nichts. Nee. Und jetzt gibt's ja auch nichts. Nee, also, lohnt sich das nicht, die Falle auszulösen. Ich dachte, da gab's irgendwas wie... Weiß nicht, so eine blaue Kugel oder... Oder... Ich meine, eine weiße Kugel wäre natürlich noch schöner, aber... Naja, mindestens die diese, die 100% Leben auffüllen. Gut, dann heißt das jetzt... Ähm... Warum sind hier keine? Ey, wir müssen doch noch mindestens zwei, äh... Hier. Oh. Ja, euch weiß ich jetzt nicht, sondern eure Kumpels, die Lost Souls spucken. Die fucking Pain Elemental. Gut, das heißt... Ähm... Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Wo bin ich hier? Oh, genau, das war auf der falschen Seite. Ach, er leckt mich doch. So, 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 so. Schleuchern. So. Ey, ich muss jetzt irgendwie tun, meine gesamte Munition ausfüllen und dann... Ab nach Hause. Das Problem ist, die Lost Souls erwischen, ich glaube, auch mit vielen Dingen hier. Mit Unsichtbarkeit und so. Ja. Dankeschön. Die zieh mich auch mit. Ach. Ach. Ich wollte doch nur den Backpack haben, ihr Outflächer. Aber... So. Wie war denn das? Ey, irgendwie kann ich doch Dinge runterfahren. Hää? Was ist das? Wie konnte ich denn den Diener runterfahren? Du musst doch irgendwo gehen. Ah, ok. Here we go. Oh oh. Leck mich halt. So, na dann auf für den gefährlichen Part. Ich hab Angst. Oh, schon wieder das Auto, Alter. Das zieht man immer nicht. Nein, nicht irgendein. Oh Junge. Oh. Ist das jetzt schon das Exit? Ja, das ist schon das Exit. Ich dachte, wir müssen da noch mal zurücklaufen. Ach nee, ganz, ganz früh. Gott sei Dank. Äh, das ist natürlich jetzt blöd. Wieso wir denn jetzt unsere Munition aufsammeln? Ähm. Aber so schön wie wir bräuchten, liegt hier eh nicht mehr in der Map rum. Ach, leck mich doch, du kleiner Schwanz. Du hast ein Kanake, ficker Arsch. Äh, das heißt, wir bräuchten einfach nur die Waffe zu einer günstigeren. Die hier. Und jetzt, äh. Ja, die wir jetzt essen, der wird doch. Äh. Bullshit. Und jetzt haben wir wieder Leben und Rüstung irgendwie irgendwas aufgefüllt. Also Lebensüger komplett. Aber vor allen Dingen Rüstung. Ach ja, hier war ja der Bug. Den gibt's auch immer noch. Na gut, dann müssen wir also Change Map Idee 14 müsste das jetzt sein. So. Danke. Das ist doch schon jetzt aus. Okay. So. In dem Sinne würde ich mal sorgen, wir schauen jetzt mal so. Doch. Ja, warum Map 13 immer noch in Map 13 wechselt? Dass dieser Fehler nicht auffällt. Oder es ist nur bei mir so. Ich hab keine Ahnung. Na gut. Auf jeden Fall in dem Sinne, ähm, Schaum mit 2. Und dann sehen wir uns morgen zu Extermination Day, Streck, Streck, Klicker Heroes wieder. Ja. In dem Sinne. Sinnen wir mal. Tschüss. 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 Tschüss.